So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal. Ramses, der Dicke, warum rede ich so? Man weiß es nicht genau. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen Anego geradet, denn mein Ziel war wie bei Mewtwo, wie bei Ho-Oh, wie bei Darkrai damals, ich wollte unbedingt das 100er haben. Bei Dioxes Verteidigungsform war das auch mein Ziel. Bisher habe ich mein Ziel immer erreicht. Mittlerweile glaube ich nicht daran, dass ich das bei Anego erreiche, weil ich bin ja keine Ahnung. Jetzt gebe ich mal kurz Anego ein. Bin immer sehr pessimistisch. Ich habe jetzt 158 Anego noch auf der Hand. Oh mein Gott. Und wenn ich schillernd eingebe, sehe ich, ich habe 14 Shiny Anego. Ich habe aber immer noch kein 100%iges Anego. Anego ist zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, ich nehme es am Dienstag auf, noch zwei Tage da. Ich kann den ganzen Dienstag, ich kann den ganzen Mittwoch noch raiden. Vielleicht kommt noch das 100er, aber ich habe keinen Platz mehr im Beutel. Denn durch die vielen Anego-Rades habe ich ganz viele Bonbons bekommen. Sonderbonbons habe jetzt 2336 Stück. Und ich kann gefühlt keine Rades mehr machen, weil immer nach ein paar Rades muss ich Pässe kaufen. Und ich kann keine Pässe kaufen, weil dort steht, dass ich keinen Platz im Itembeutel habe. Dann muss ich was wegschmeißen und bald kann ich nichts mehr wegschmeißen. Also müsste ich diese Sonderbonbons ja mal umwandeln. Die Frage also, was mache ich mit 2336 Sonderbonbons? Und ich habe irgendwann mal was gemacht. Da habe ich mir alle Mysteriösen rausgesucht und habe die auf Level 40 gepusht. Einfach mal so. Beziehungsweise wenn ich mehrere Mysteriöse hatte, Alter, vibriert das immer zu durch die Spawns im Hintergrund. Das nervt total. Am besten Vibration aus. Habt ihr die Probleme nicht. Ich habe damals geguckt, dass ich von jedem Mysteriösen wenigstens eins mal auf 40 poste. So ein bisschen zum Vergleich. Und er weiß, wofür die gut sind. Meistens nämlich für nichts. Hab dann geschaut, wenn ich mehrere habe. Nämlich das Normale und das Shiny oder halt mehrere vom Normalen. Dass das Bessere gepusht wird. Mew angefangen damals, war ja hier. Das habe ich für die Superliga gepusht. Hatte aber nur zwei Sterne. Und als ich dann das Shiny bekommen habe, das hatte drei Sterne. Deswegen habe ich von Mew das Shiny gepusht, weil das drei Sterne hatte. Kommt auf 3.186. Celebi hat man auch mehrere gehabt. Und wie immer waren die beiden Normalen schlecht. Das hatte zwei Sterne. Das hatte drei Sterne. Das hatte auch drei Sterne. War aber das Shiny und hat mir insgesamt ein bisschen besser gefallen. Hat nämlich einen Angriff mehr. Für mich ist Angriff der wichtigste Wert. Kommt auf 3.223. Da sieht man schon mal, dass Celebi sowieso stärker und höher kommt als Mew. Obwohl man das so gar nicht ausmachen kann. Es sind ja keine hundertprozentigen. Kann auch durch die IV sein, dass das gerade da ein bisschen mehr hat. Shiraji. Haben wir Shiny bekommen? Können wir kurz mal bewerten. Hat auch drei Sterne. Recht gute Werte. Und wir haben das Normale hier. Hier hat das Normale einen Angriffspunkt mehr. Also haben wir das gepusht auf 3.215. Dioxys. Habe ich damals ein 98er Normales gepusht auf 40. Dann kommen ein paar Shinies. Dann haben wir das Angriffs-Dioxys. Das ist ein Hunderter. Das ist eher 50 gepusht. Wir haben das Verteidigungs-Dioxys. Das ist auch auf Level 50, weil es ein Hunderter ist. Und hier kommt noch die Initiativ-Form. Die ist auch auf Level 40 gepusht. Das Beste, was ich eben hatte. Und das ist ein 96er. Genau. Darkrai. Ist auch ein mysteriöses. Da habe ich auch ein Hunderter auf Level 50 gepusht. Ist also fertig. Ihr denkt jetzt ja auch nicht. Ich denke, du willst Bonbons ausgeben und zeigst uns nur, was du gepusht hast. Es sind ja noch ein paar andere. Guck mal, so viele Shiny Darkrai. Weil man Darkrai gehuntet hat. Gejagt hat. Und es hat 663 Raids gebraucht, bis das Hunderter kam. Jetzt sind hier unten, wie ihr seht, aber noch ein paar neue Sachen hinzugekommen. Wir haben Shaman. Neu. Wir haben Victini. Nicht neu. Denn das ist auch schon gepusht. Das ist nämlich ein... Auch wieder 3 Sterne. Aber nur 10 Angriff. Victini. Aber noch kein Shiny. Nichts. Keldeo ist neu. Könnte ich jetzt pushen. Meloetta habe ich gepusht auf 40. Und das ist sogar ein recht gutes. Das ist nämlich ein 98er. Was man vielleicht mal pushen könnte. Denn wenn die anderen so bei 3, 3, 3, 2 rumfliegen, ist das schon bei 3, 9. Meloetta kommt, glaube ich, von allen Mysteriösen bis jetzt am höchsten. Von diesen komischen aus der Spezialdings. Meloetta wäre also was, was man mal max pushen könnte, weil das eben relativ hohe IV erreicht. So, Genesect haben wir auch einen 100er gehabt. Und das ist nicht das 100er. Hier ist das 100er. Haben wir gepusht auf Level 50. Genau. Hoopa haben wir eins gepusht auf Level 40. Hoopa ist an sich trotzdem ein recht nützliches, starkes Pokémon. Sowohl als Psycho- als wie auch Unlichtangreifer. Da könnte man noch einiges reinschmeißen. Das hat 3 Sterne. Hat sogar 15 Angriff. Dürfte das Beste sein, was ich habe. Und ansonsten habt ihr hier noch Meltan, Zarude. Zarude habe ich nur eins. Zarude hat nur 2 Sterne. Ist aber halt das einzigste, was ich habe. Das könnte ich sogar jetzt schon auf Level 50 pushen. Aber das hat viel Arbeit gekostet. Ich habe immer, wenn ich 2000 XL, ach immer, wenn ich 2000 Sonderbonbons hatte, habe ich die genommen und ins Zarude. Ich habe hier 17.153 Bonbons von Zarude. Ich könnte 171 Bonbons noch umwandeln zu den 152 dazu. Habe aber noch normale XL-Sonderbonbons, die ich da auch reinpacken kann. Das könnte ich also auf 50 pushen. Mache ich aber jetzt nicht. Denn das ist ja auch schon wieder alt. Gefühlt 2 Jahre. Vielleicht kommt davon demnächst das Shiny. Und vielleicht hat das Shiny ja sogar 3 Sterne statt 2 Sterne. Und dann würde ich lieber das Shiny auf Level 50 pushen. Oder das kommt mal in die Top Rates. Und dann nimmt man eins hoch mit 15 Angriff. Also da sind genügend Bonbons drin. Da brauche ich jetzt nichts machen. Hupa wäre also eine Möglichkeit, Hupa zu pushen. Weil das finde ich wie Zarude. Sieht halt total fies und gemein und brutal aus. Meloetta würde wohl am höchsten kommen. Aber ist mir zu süß, ist mir zu knuffig. Würde ich nicht machen. Was ich jetzt aber erstmal mache, ist dieses Keldio nehmen. Und beim Keldio ein bisschen was pushen. Ich muss nämlich mal gucken, wie viel wir brauchen. Wir brauchen 268 Bonbons. So, wandeln wir mal um. Damit wir das auch auf 40 gepusht haben. 268 habe ich gesagt. Ja. Mache mal hoch. Wo muss ich überhaupt gucken? Oben muss ich gucken. 268. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig. So. Jetzt ziehen wir den Kreis hoch. So. Ab da müssten es XL sein. Braucht man nicht. Keldio ist nämlich trotzdem bei Kampf-Pokémon auch weit vorne aufgelistet. Wenn irgendwie Pokémon sind mit einer Kampfschwäche, wird Keldio immer wieder geführt. Dass man das auch nehmen kann. Aber wer hat das schon auf 40? So gut wie keiner. Wer hat das auf 50? Wahrscheinlich niemand. Wie gut war dieses Keldio? Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Hat er auch nur zwei Sterne. Aber trotzdem 13 Angriff. Keldio ist also auch gepusht auf 3500. Und da seht ihr schon mal im Gegensatz zu dem. Das kam ja nur auf 3100. Ist also auch ein Brocken. So. Was machen wir jetzt mit Shaman? Das sind ja zwei verschiedene Power-Up. Wir gucken mal kurz. Das käme auf 39. Und wie viel kommt so das Kleine? Hat das dasselbe? Das kommt auf 3600. Pushen wir beide hoch? Pushen wir beide nicht hoch? Ich weiß es nicht. Ich gucke mal ganz kurz, welches von den beiden höher kommt. Das hat zwei Sterne. Das hat drei Sterne. Das hat aber mehr Angriff. Das ist jetzt wieder kompliziert. Macht man damit was? Pflanze? Flug? Ach, wir werden trotzdem das mit der Drei-Sterne-Bewertung nehmen. Und auch mal hoch pushen. Jetzt muss ich wieder gucken, wie viele Bonbons wir brauchen. Auch 268 wandeln wir also um von den Sonder-Bonbons, was wir wieder 268 übrig haben. 5, 6, 7, 8, eintauschen, zack, pushen, gehen wir mal hoch, ziehen. XL lass mal weg, komm hier auch auf 3508. Kriegt nämlich 2000 noch was dazu. Ja, das ist Pflanze, Flug. Und das ist nur Pflanze. Ich denke mal, das ist zwar süß. Ach komm, es ist süß. Und weil es so süß ist, pushen wir das halt auch noch. Ach, was weiß ich. Ist jetzt nicht so schlimm. Das hat 13, 15, 12. Das hat 13... Was ist jetzt besser? 5, 6, 7 fehlen da. 3, 4, 5 fehlen da. Ja, ich müsste theoretisch auch das pushen. Muss ich jetzt wieder gucken, wie viel muss ich jetzt wieder umwandeln. Wahrscheinlich auch 268. Schieben wir also wieder hoch den Regler. Auf 268, weil das ist ja trotzdem niedlich. Ich stehe ja auf niedliche Pokémon. Ja, nee, eigentlich nicht. Aber bei dem ist es eine Ausnahme. Machen wir das. Pushen das auch hoch. Und kommen auf 3216. Damit ist das jetzt nicht so krass, aber trotzdem irgendwie schon cool. So, 10 Kopfstoß, Schocksamen. Wie sieht das jetzt also aus? Wenn alle auf 40 gepusht sind, dann haben wir 3100 bei Mew, 3200 bei Celebi, 3200 bei Shiraji. Das lassen wir mal weg. Die Oxys und Darkrai zählen nicht. Das ist was anderes. 3500 bei Shaman, 3200 bei Shaman, 3100 bei Victini, 3500 bei Keldeo. So, das muss man im Auge behalten. 3,9 bei Melo Etta. 3,9 bei Hoopa. Und bei Hoopa sowieso. Wir können ja die restlichen Hoopa mal kurz durchschauen, wie gut die sind. Die müssten ja alle den gleichen Level haben. Ja, eigentlich das erste müsste Level 15 gewesen sein, weil sie aus der Quest kamen. Die anderen alle Level 20. So, 2 Sterne, 2 Sterne, 2 Sterne, 2 Sterne. Das müssten ja alle aus dem Raid sein, die sich jetzt langsam steigern. Der hat immerhin schon 15 Angriff. Der hat auch 15 Angriff. Der Rest hängt hinterher. 3 Sterne, 15 Angriff. Da fehlt wieder was. 3, 3. 3 Sterne, 15 Angriff. 3 Sterne, 15 Angriff. Die schmecken auf jeden Fall. 3 Sterne. Was ist denn das? Da fehlen nur 3. Das ist also ein 93er. 93. Da fehlen 4. Aber ich habe es schon gepusht. Uns hat 15 Angriff im Gegensatz zu dem. Also eigentlich ist das hier besser. Aber wir haben an dem schon rumgepusht. Deswegen werde ich an dem wahrscheinlich auch weiter rumpuschen. Wir könnten jetzt hier noch was ändern. Aber ich werde einfach alle restlichen Sonderbonbons, die ich jetzt habe, hier umtauschen. Da draufknallen, damit er 2.569 hat. Und die Sonder-XL-Bonbons, die 147, die lasse ich erstmal so wie sie sind. Da gehe ich nicht ran. Jetzt habe ich 2.630 von 5.300 Items wieder Platz über. Das ist sehr gut. Damit kann man erstmal was machen. Hiermit könnte man vielleicht auch mal was machen. Wie hoch geht denn der? Auf 4.482. Wenn ich hier vorne gucke. 4.482. Der kommt nach Palkia vor Knackrack. Also der ist hier gefühlt in den vorderen, oberen, total am Start. Das ist sehr krass. Das ist hupper. Finde ich halt vom Design her spricht mich das an. Mehr als Meloetta. Zarude spricht mich auch an. Aber bevor man die wirklich auf 50 pusht, mal abwarten, wenn da ein Shiny kommt oder irgendwas, was da noch passiert. Wenn noch ein paar Hoopa Raids wären, würde man da vielleicht auch noch ein paar machen. Oder wie auch immer. Das war es mit 2.337 Sonderbonbons. Was ich damit mache, ob das sinnvoll ist oder nicht. Die meisten sagen, steck es doch in Mysteriöse. Ist aber bestimmt nicht so gemeint, dass man jedes Mysteriöse auf 40 pusht. Auch wenn man die gar nicht braucht, sondern dass man sich eins nimmt und das auf 50 macht und damit was macht. Was sind in euren Augen also die besten, nützlichsten, mysteriösen Pokémon? Meiner Meinung nach wahrscheinlich Hoopa und Zarude. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann schreibt es rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ciao.